also wenn ich etwas am server schlecht finde dann das jetzt zum einmieten sich einmieten doch hey was schießt die einfach auf mich mann also ich dachte ich sterbe jetzt heute verknüpft so das haus mieten doch erst mal zur bank fahren oder zum nächsten etm ich glaube die bank ist näher und ich muss unbedingt mal einen hat Hausmeister schieben Nehaus mieten das Hausmeister so dass er gleich der Bank da oben ach so die Geschwindigkeitsbegrenze 80 km und die Toleranzgrad des 10 km a das wäre natürlich einiges so slash automat automat warte mal ich habe auf der Bank 30.000 Dollar aber kein Bankkonto das hole mh mh Warum braucht man da den Bargeld? Oh Gott. Naja. Ähm, dann mach ich das auch mal anders. Hoffentlich hat es dir bald gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play. Ähm. Ne, ist klar. Ne, äh, wie heißt es? Egal, genau. Äh, San Andreas Multiplayer Live Your Dream. Ähm, ja, heute sind die ersten Videos rausgekommen. Also, ähm, die, ne? Dehm, wie heißt es? Eben die ersten drei Parts und... Beziehungsweise, wenn man das in der richtigen Richtung geht gestern, aber das ist mir scheißegal. Und ich muss echt sagen, ähm, das ist echt total geil, wenn es läuft, muss ich sagen. Also, ich hab, ähm, hier auf Live Your Dream vier Likes und das ist doppelt so viel, wie ich erwartet hatte. Über doppelt so viel, wie ich erwartet hatte. Und, naja, auch auf Space Engine, das kommt echt gut an, hab ich auch, ähm, zwei Likes. Und, ähm, ja, ETS, ähm, habe ich bis jetzt keinen Like und zwei Aufrufe, aber ich denke, das wird auch noch. Also, ich sag das so, so wie das jetzt aussieht, ähm, ja, wird erstmal keine weitere Pause kommen, aber ich werde auch noch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja. Ja, genau. Was ich jetzt sagen könnte, ähm, Space Engineers wird jetzt wahrscheinlich noch ewig, ähm, ja, vorproduzierte Folgen kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich, ähm, gestern war das echt richtig, richtig viel Spaß dann hatte, aufzunehmen und, tja, einfach mal fünf Stunden aufgenommen hab. Und, naja, ne, das hält dann eben schon ganz schön, auch wenn man täglich ein Video hochlädt, ich meine, wenn man täglich ein Video hochlädt, nicht ganz lang, aber es ist trotzdem schon ziemlich lang. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir gehen uns das erstes Mal, äh, ein bisschen shoppen. Und gucken, dass ich irgendwie Geld bekomme. Ähm, ja, sonst hab ich ein Problem. Weil, ich brauch ein Bankkonto, ähm, aber, also ich brauch ein Bankkonto, um Geld von der Bank abzuheben und hab ich auch Geld, aber ich hab, ähm, ja, kein Bargeld, um, ähm, ein Konto zu öffnen. Das heißt, ich brauch Geld, okay. Warum reich da hoch? So, ähm, es könnte jetzt etwas ruckeln, manchmal. Das liegt daran, dass ich, nebenbei, ähm, spacen schnelles Render, wenn das jetzt zu stark wird, sag ich mal, dann warte ich jetzt auch, bis das zu Ende ist und dann, ähm, und dann lass ich das einfach so, also ich werde da nicht schnell, ich dachte mir jetzt, ich kann das einfach nicht mehr laufen lassen, aber das gibt ja anscheinend schon ziemliche Freibandbrüche, wie ich es nicht erwartet hätte. Also, ich, ich denke, ich werde das einfach warten, bis das zu Ende ist, oder dauert das nicht. Und so lange wird es halt ruckeln und dann halt nicht mehr, ne? So, ähm, ja, Auto brauchen wir nicht, weil, obwohl, das würde ich mir doch lieber mal, ja, weil es ist ja nicht sehr weit vom, äh, dem Startpunkt meines Autos jetzt bis zu meinem, jetzt im Job. Das dauert nicht so lange, so, da vorne steht es ja schon, naja, fast. Eigentlich schon, aber ich glaube, das war jetzt nicht richtig, äh, nicht im richtigen Kontext verwendet. Ich glaube, ich hätte das verwenden sollen, wenn ich näher dran bin oder wenn ich es sehen kann. Und ich hätte mir Gedanken darüber machen, warum ich mir über sowas Gedanken mache. So. Ja. Es ist sogar fast gerade. So. Slash. Karlog. Ja, genau. Wir gehen auf die andere Seite. Ah, es funktioniert so, okay, das habe ich nicht erwartet. Slash. Motor. Slash Licht. Und auf geht's. Zum Job, der dürfte da hinten sein. Glaube ich. Ja. Und dann putzen wir ein bisschen die Straße. Weiß nicht, fuck, ist das ein Parkplatz? Ist das ein Parkplatz, oder? Bestimmt. Ah, nee, das Auto ist schon. Aus. Äh, zu. So, ich nehme mal den hier da vorne. Aber ich kann. Nein. So, nehme ich wieder. Ja, das ist immer etwas. Ähm, ja, blöd, damit der immer Radio läuft, aber ich meine, ich kann das verstehen. Ich denke mal, das wird Fahrzeug spezifisch gespeichert. Also, wenn... Na. Start. Reinigung. Also, ich... Ich sag's mal so, wenn ich jetzt allein schwimmen würde, dann würde ich hier auf jeden Fall auch alle Radio anmachen. Ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich einfach den auf der anderen Seite. Ich glaube, den hatte ich nämlich schon letztes Mal, aber ich bin gerade nicht sicher. Jedenfalls, vielleicht nehme ich mal den auf der anderen Seite, also gleiche Reihe, andere Seite. Hm, der war ganz links, der nächste war ganz rechts. Ich denke, versteht, was ich meine. Und... Dann soll er das eigentlich hinhauen. Äh, na, was heißt eigentlich hinhauen? Es kommt darauf an, ähm... Vielleicht spreche ich hier gerade voll dem... Ähm... Oder, was heißt dem eigentlichen? Dem, was alle machen. Und zwar neben das Auto. Und, ja, wer weiß, vielleicht wird das Auto ja von 90% aller anderen noch genutzt. Und es wird sich halt immer so von links nach rechts vorgearbeitet. Das wäre ja auch logisch in einem Land für Deutschland, wo man 90% der Sachen von links nach rechts macht. Lesen. Schreiben. Ja. Das war alles 90%ige. Ja. Naja. So, ähm... Links. Jetzt habe ich komplett Gott den Faden verloren. Das gibt es nicht. Jetzt war ich irgendwo in meinem Gedanken, man hat das, und jetzt bin ich schon wieder raus, ey. Oh Gott. Das hat sich bei letztendlich so konzentrieren muss. Jetzt, jetzt... Boah, ey. Hast du auch stundig auf das da oben gelesen? Das geht doch nicht. Klar, Mann. Ähm, ich war... Genau. Ähm... Wo man sieht, wo man mehr Platz hat. Außerdem. Ähm... Ne, nicht außerdem, sondern...